Einfach zu, dann muss ich wenigstens... ...eine Dreck... Ja... Boah, komm! Ähm... Dann hört's jetzt auf, ich will nicht machen. Der Wetterbricht hat aber auch nichts vorhergesagt. Blödes Fernsehen. Boah... Die Erde müsste jetzt total weich werden hier. Ich mach das eigentlich jetzt hier nur zu, damit das Wasser weg ist, weil hier kommt ja dann sowieso, äh... ...noch was hin, ne? Also wegmachen muss ich's auf jeden Fall. Naja... Ja... Ja, ich weiß doch jetzt grad nicht, wie's jetzt mit Black Ops aussieht. Weil ich nicht weiß, wann ich die Folgen hier hochlade. Aber zur Zeit geht's ja eigentlich recht gut so. Mit der Kampagne. Es sind zwar ein paar Sachen dabei, die man... Äh... Jetzt, ähm... Also ich muss sowieso die komplette Kampagne, wenn ich's nicht schon gesagt habe... ...nochmal auf Recruit... ...spielen, weil... Ja... Ähm... Es gibt ja diese Herausforderungen im Level. Und... Die Herausforderungen... Ähm... ...muss ich erstens machen. Da ich noch nicht alle hab, müsste ich die alle halt nochmal machen. Und zweitens... Ähm... Muss ich alle Missionen ohne zu sterben hinkriegen. Also jetzt nicht hintereinander, aber... Jede Mission... Ohne einmal zu sterben. Ja... Und da ich jetzt schon so oft gestorben bin... Weil ich schon, ich glaub noch nicht ein Level habe... Wo ich jetzt, äh... Mal überlebt habe... Also komplett bürig... Wird das sehr schwer. Ja... Weil wenn ich, äh... Das Level verhaue, dann muss ich einfach nochmal neue von Anfang an spielen. Und ich werde das, glaub ich, dann so machen... Also wenn ich das dann mache... Dass ich, ähm... Das so Zeitraffer-Video mache... Und dann immer da, wo ich ne Herausforderung hinkriege... Und dann normale Geschwindigkeit. Die werden zwar nicht angezeigt, aber ich weiß ja, was man machen muss. Und dann... Kann ich das anzeigen lassen. Also das ist dann halt immer da, wo ich dann... Ne Herausforderung hingekriegt habe... In normaler Geschwindigkeit. So habe ich mir das gedacht. Damit es halt so wie ein Guide ist. Nicht so ein... Richtiges jetzt Play so... Sondern... Ein Herausforderungs-Guide, sozusagen. Wie man das ungefähr machen... Müsste. Damit man das hinkriegt. Das wollte ich eigentlich so machen. Ja. Genau. Das war... Das. Ah, wie viel Wasser ist denn hier? Mann, wann hält's denn hier auf? Mann, ist zu laut. Wenn's dann weg ist, ist es zu leise. Das ist blöd. Also echt. Ich glaub, das war... Regnen ist jetzt random. Also... Und... Äh... Äh... Wie nennt man das? Ähm... Also... Vollkommen... Unvorhersehbar. Ich habe ja jetzt gedacht, wenn man lange nicht... Äh... Schläft, dann kommt das. Aber das kommt ja jetzt so oft. Das ist nicht mehr normal. Und was denn mit der Musik kommt, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Das höre ich nämlich nicht. Und da ich einfach eine richtige Let's Playen will, tue ich das Regen jetzt nicht abschalten. Naja... Naja... Wenn's nacht ist, müssen wir mal... Naja... Und durch den Regen kann man aber was Schönes erhören. Oh, das... Das wird knapp. Das wird knapp. Mist. Ich wollte jetzt eigentlich die Musik hören. Oh, da läuft's ja noch weiter. Äh... Ja. Und da muss ich mal ganz kurz, äh... Pause machen. Tschüss. Zu... Ähm... Musik. Da... War grad wieder einer am Telefon. Gegen Essen da wieder. Hehehe. So, da haben wir's ja gleich. Nur wie lange das hier regnet, das ist einfach nicht zu fassen. Jep. Dann war das das Erste, und... Ähm... Ja, und... Ähm... Ich hab keine Erde mehr. Haha. Schön. Keine Erde mehr da. Also so, das hätten wir noch gerne. Also das, was hier war, ist jetzt da. Schön. Also das ist schön. Ja, also... Also das wäre dann hier. Dann wären dann eins. Hm... Dann dann eins, zwei. Dann eins. Und dann eins... Zwo... Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah, endlich leise. Zwar nicht lange, aber egal. Nee, also... So, ich muss jetzt hier erstmal gucken. Also das... So. Nochmal. Also, das fängt ja hier an. Dann ist dann hier eine Wand. Also die Wand. Die muss ja bleiben. Dann sind zwei frei. Dann kommt wieder eine Wand. Dann kommt eins, zwei, drei. Dann kommt wieder eine Wand. Ja, genau. Dann passt. Dann ist dann hier eins, zwei. Also das hier... Das ist der Redstone Schacht. Für die Mechan... Für den... Nicht für die. Für den Mechanismus für die Lampen. Aber in der Decke. Wir brauchen noch sehr viel Glowstone. Also mal richtig viel Glowstone. Jetzt nicht so... Nur gefreut. Nein, wir brauchen sehr, sehr viel Glowstone. Für jedes... Eins, zwei, drei, vier, fünf... Nein, noch eins, zwei, drei, vier, fünf... Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Sechzehn Stück. Pro Zimmer. Also... Sechzehn mal... Drei... Mal... Was weiß ich... Plus... Das im Gang. Also alles sehr viel. Aber das ist es mir wert. Das ist es mir wert. So viel Glowstone zu haben. Kann man es nämlich tagsüber abschalten und nachts dann anmachen. Also das wäre... Also das will ich halt haben. Ob man das jetzt brauche, ist eine andere Sache. Aber... Ich will das haben. Weil... Wenn schon modern, dann richtig. Und richtig ist halt mit Redstone-Lampen. Ne... Glowstone-Lampen. Wie heißen die? Keine Ahnung. Nicht da hoch. Gut, bis hier. Ich hole jetzt erstmal die komplette Erde wieder weg, weil die brauchen wir nicht. Und dann baue ich jetzt erstmal mit... mit Koppel. Ach ja, ich brauche Pisten. Schlecht platziert habe ich's. Also ich brauche das. Wie ging das nochmal? So. Ja, natürlich ging das so, nur halt so nicht. Jaaau. So. Ich brauche genau zwei. Eisen. Wo ist Eisen? Also echt? Warum muss ich das immer woanders noch reinmachen? Ja. Ja, natürlich. Uh, geht's ab. So. Ich glaube, ich zeige erstmal, was ich überhaupt... Ah, dieser Regen. Nice. Jetzt nervts. Ich mach das zwar nicht gerne. Aber... Aber... Jetzt musste es sein. Schön leise. So. Also, weil ich bauen will, ist das... Ähm... Dann das. Also so... So ein... Wie heißt es? Äh... Wie heißt denn das Teil? Ähm... Ach, wie heißt so ein Ding? Sag mal's. Ich komm grad nicht drauf. Ich komm grad nicht drauf. Ich hab doch jetzt da... Ich komm nicht drauf. Mann. Mann. Boah, ey. Wie hieß denn das jetzt noch? Hä, Mann. Ich wusste doch die ganze Zeit. Was mach ich da? Mein Lieber. Ich brauch das jetzt einfach mal aus Erde. Das ist... Und darum noch Ritz noch drauf. Boah, die Musik... Die ist jetzt grad... Voll auf den Ohren. So, jetzt brauch ich noch einen Knopf. Also ich brauch das ja alles so, dass man mit dem Knopf bedienen kann, ne? Also nur mal... Also... Ich hab ja da unten eine Ritz noch einen Fackel hin gemacht. Und wenn ich das hier Ritz noch hinlege, dann wird's nicht bebaut. Wenn ich aber jetzt hier einen Knopf mache... Dann wird's bebaut, weil dieser Block da... Also auf beiden Seiten da mit... Ähm... Das ist einfach nur so... Dass ich, ähm... Ein... Wie soll ich sagen? Ein dauerhaftes Signal mit dem Button habe. Deswegen hab ich das nur. Damit man halt im Zimmer gehen kann, ach ich mal Licht an. Oder halt aus, jetzt in dem Fall. Boah, ne. Wie geht die? Wie Minuten, ne? Halte ich nicht aus. Tut mir leid. Halte ich nicht aus. Also so ein Teil müssten wir bauen halt da drin. Und bauen wir wieder ab. Das brauchen wir nicht mehr so... Nur halt zum zeigen war das jetzt. Ich weiß zwar grad nicht, wie der Name heißt, aber das steht bestimmt jetzt im Titel. Denk ich. Autsch. Denk ich, ich glaub das mach ich sogar. Schrapp das wie es heißt im Titel. Dann seht ihr sofort. Hm. So. Also. Ähm... Ich will's ja so machen, dass... Wenn man reinkommt... Da der Knopf ist, also... Mache ich das einfach mal mit... Dem. Gehen. Also hier kommt der Knopf hin. Knopf. So. Da kommt der Knopf hin. Und dann... Dann machen wir das so. So. Wie hoch kann ich... Muss ich überhaupt gehen? Kann ich überhaupt gehen? Weil mal hier dann... Ist ja dann hier der Boden. Weil ich muss den mir mal reinziehen, sonst... So. 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 So.